Ja, MoMo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Wie versprochen kommt es heute zum Boss-Fight der Geister, die wir in der letzten Folge bekämpft haben. Und wie das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo! Treffe ich hier auf ein Boss-Fight? Ich ziehe mir hier nach der Zentrale aus, wobei ganz schön wenig Platz zum Kämpfen gewesen wäre. Ja gut, jetzt bin ich aber hier drin und du? Ah, ich verstehe. Jetzt kann ich den ganzen Weg zurück latschen. Oh. Tifa! Wir kämpfen gegen einen Dokumentenordner. Zieht die Federhandschuhe sogar an? Hm. Tifa! 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 Oh! Tsinまで drin. Tifa! Biga Geist. Oh! 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 Fantastic! was kann der haben eine zeit für eure spielchen okay ich zähle auf dich vermute mal wir nehmen dich mach sie da genau hier vor allem treffe ich nicht wow 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 dann machen wir das halt so auf hochtouren okay lustig gegen geist das hier ist der allerletzte kampfplatz auf den ich eigentlich kämpfen möchte schockanfällig aber ich muss analyse machen wechsel zwischen seinen fischen wechsel zwischen seiner physischen und seiner immateriellen form hin und her attacken gegen seine physische form und physische attacken gegen seine immaterielle form haben keinen effekt auf seine schaftleiste ich habe keine ahnung was was ist mach einfach mal feuer also wir schauen einfach mal okay wirkungslos ich bin bereit okay würdest du mal jetzt gibt es okay das heißt ich kann dir ja gerade ordentlich schaden okay ich verstehe geist nichts überstürzt jetzt zeige ich euch was ich kann jetzt ein geist form geister arm okay jetzt hat wieder in seiner normalen form ja wie aus dem ich konnte nicht aus dem weg gehen wtf ist egal ob wirkungslos bin ich meine atb aufladen ich warte jetzt einfach nur noch auf meine vision und dann kann ich auch so mach mal impuls hieb gegen die vielleicht bringt das irgendwas ich bin geschockt und sie auch jetzt geht dann seine schicht übertreiben die geistphase jetzt ich zähle auf dich nein nein aus ja ich lös dich mal ab ich muss ich jetzt durch so gerade daraus gewichen seelenstimme okay auf hochtouren kommen geben richtig ich fange wieder an zu ich bin doch gelaufen geistwandlung schlechtes timing dafür schnell okay du bist ja eh gerade in geistform ne das bringt gar nichts jetzt hat nicht mehr geistform okay dann macht du mal impuls und du machst denn die feuerer wird mir nichts bringen auf hochtouren nicht ganz lustig ist egal ob wirkungslos ich will nur meine atb aufladen nein nein ich konnte nicht mehr ausweichen egal so noch wirst du nicht ein geistform ne wir warten auf seine geistform bis wir okay jetzt geht ist gut lasst was wichtig okay jetzt sein geistform ja dann wird es zeit für ein bisschen feurer was machst du jetzt was machst du jetzt er hat einfach umgestellt die pottsau wer hat nen kopf bekommen nein hilfe tiefe jetzt noch was speziell werden jetzt nur ein geistform oder was ich krieg meine eigene attacke zurück der schwanz äh der arsch das heißt wenn ich ihn jetzt angreifen ne dann bekomme ich es zurück ja ja tiefer dann würde ich sagen müsste er jetzt momentan möglich sein ja ne schlechtes timing er ist grad verschwunden ja geil jetzt nehme ich wieder in geistform okay pifa dein auftritt los los geben wir alles so cloud jetzt kannst du dann impulsiv machen schluss mit auf dich na die 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 ich bin voll geeilt dann kann ich ja wechseln ne ich übernehme dann übernehme dann übernehme es geht los Mist okay wir gehen wieder auf Aerith jetzt zeig ich euch was ich kann so schnell kann es gehen ja warte Komm, geh wieder in Geist vor Ich mach das Okay, Aerith Dann wird das Zeit für dein Limit, würde ich sagen Mach mal Vision, das brauchen wir ohnehin mal wieder Okay Ich möchte gerne wechseln So, Tifa ist ziemlich am Arsch, deswegen Hau hier mal einen Supertrank rein Ich kann den nicht geist heilen Los geht's Wollt ihr jetzt, jetzt will ich aber Rache haben Oh, jetzt ist er da Oh, er ist gerade im Geist vorm, Tifa Jetzt Jod hören Oh, er hat gerade gewechselt Was für ein Spielverderber Überlass das ruhig mir Na gut Ich gebe ja mal einen Ata Toll, wir sind alle immobilisiert Er ist für dich Lauf Ah, doch nicht in die Flamme Habe ich die beste Idee, die Flamme zu laufen Oh Ja Timing, würde ich sagen Jetzt habe ich nur noch zwei RTB-Leisten Verdammt Schnelltrank verleiht hast Okay Dann gibt ihr mal einen Felixfeder an Wie ich den Lichtgeist einfach heilen kann Das eben fählte nicht Das wirkungsvoll gegen ihn ist Oh Tifa Jetzt wird halt So Schnell Der Feind ist geschwächt Oh, und ich habe sogar mein Limit Nice Lichtgeist besiegt Tifa hat Stufe 22 erreicht Plus Zerstörung Und Zerstörung bekommen Als Materia Ein Versteckspiel In der Hoffnung, dass euch jemand findet Habt ihr die ganze Zeit gewartet? Huh? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen Okay Die wollten getötet werden Aerith Du bist eine Nervensäge mit deinem Brot Deswegen Werden wir nochmal Kranführer der Zweite Müssen wir halt nicht nur noch den ganzen Weg zurückgehen Wer sich einmal hierhin verirrt Der findet nie wieder raus Vielleicht ist da was dran Was wohl mit uns passiert wäre Wenn sie uns gefangen hätten Ich glaube Gefangen sind hier eher die Geister Redet nicht so einen Unsinn Aber was Wenn was dran ist Der Waggon hat sich bewegt Ob wir jetzt weiter können? Sehen wir nach Vermutlich Nichts wie weg Ja, die Geister waren hier offensichtlich gefangen Und wollten befreit werden Ich hätte sie auch mal einzeln töten können Hätte ich nichts dagegen gehabt So, Freiheit ruft, aber Kiste auch Ich will keinen Ärger Ich will keinen Ärger Ja, die ist Ja Ja, die ist Ähm Komm, auf Hochtouren Der ist da eh oben Dach, 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 dach Okay Hat er wirklich viel gebracht Dach, dach, dach Dach, dach Boah, ich mach dich kaputt, Junge Und dann mach ich den Zusatzangriff gegen dich Lass, dach, dach Lass Eric hat sich jetzt komplett wieder hochgeheilt Und ich krieg das auch ganz gut alleine hin Dach, dach, dach Das klingt ganz schön Dein De-Buff Äh, De-Buff De-Buff ist genau das Gegenteil Hier geblieben Genau so Warte Echoschirm Ja, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt Nicht Geschafft Nichts wie weg hier Na nur Doch der traurige Geist Kennst du sie? Ist aber nicht Marlene, oder? Marlene? Das ist Marlene Und die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt Verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder Es ist gefährlich da Da darfst du nie hingehen Hm Werde ich nicht Ach Noch was Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater Papa Ist spät Du hast recht Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause Marlene, hör mal Das ist aber nicht die echte Marlene Marlene kann kein Geist sein Wir müssen ganz schnell zurück zur Bar Ach Oder war das nur ein Hinweis von dem Geist Tiefer Alles okay? Ja Gehen wir Oder war Marlene schon mal hier? Ich meine, der Geist kann ja nicht wissen, wie er aussieht Es sei denn, sie kann Gedanken lesen Gut, als Geist Kam bestimmt zu einiges So, aber jetzt ruft erstmal die Freiheit Zurück zu Freunden Was war das denn jetzt? Keiner sagt was dazu Sieht mir nach Rätseln aus Wie immer Also gut Wir müssen also das Ding drehen Keiner gibt mir Hinweise Ich weiß aber trotzdem, was zu tun ist Ha Oh Die Plattform dreht sich Jetzt kommen wir vielleicht rüber Die wird sich auf ewig drehen, oder? Ja Augen zu und durch Ich komm da rüber Es ist aus Dafür ne mich extra klauen Geist Ach komm Los geht's Na gut Verschwinde Das wird dir da jetzt drauf Hahaha Ich bin schon drauf Ihr Lappen Okay Ich bleib mal hier bei euch Wirkungslos Geil Achso Die Plattform bleibt so Au So lassen sie mich in Ruhe Aber ich flieg da jetzt Okay Nehm ich dich halt Um Gottes Willen Die Geister müssen weg Echt jetzt Jetzt wird's rechnen Und tschüss Äh Feurer Geist Gei Achso Greifkäfer Ich dachte Geistkäfer Ich hoffe der ist gerade nicht im Magiemodus Los Achso der ist gerade umgekippt Hey Das möchte ich noch angreifen Und tschüss Verdammt Jetzt greift mich der nächste an Ihr seid so scheiße Okay Du kleiner kommst als nächstes ran Ich hätte euch niemals herlocken dürfen Ey So Und jetzt Gib ihm Das ist noch ein zweiter Geist Okay Du bist ja gerade sowieso nicht in Geistform Ich gebe alles Was hast du davon Ich sehe da eine Kiste Doch wie komme ich da rüber Wäre ich das noch mal aktivieren Nein Aber ich kann da einfach rüber gehen Das wäre immer die andere Möglichkeit Einfach rüber zu gehen Ich stelle dir vor Manchmal funktioniert das auch So wie sieht es eigentlich mit Ares auf So jetzt aber Der ist immer noch nicht so Was der ist jetzt erst bei 10% Aber ich muss die Fähigkeit wahrscheinlich einsetzen Angriffsmagie innerhalb des Feldes Wird automatisch zweimal gewirkt Oh Na gut Ich mag es zwar nicht Dass ich da drüben Ich mag es schon wieder blockiert Dabei sind wir so kurz vorm Ziel Hey Vielleicht lässt sich die Lok ja bewegen Sehen wir nach Ich glaube wir haben Glück Scheint noch zu gehen Oh Super Oh Was Was ist das denn Eve tut es da irgendjemand Bist du okay Ja Was hat das Der Dissektionscode für die Platte ist Merkst du Ja ja Wir können sie jede Zeit runterstürzen lassen Allerdings gibt es ein Problem Hey nicht ganz auf Welt bitte Wenn wir abstürzen War alles umsonst Das statt der Bericht Gibt es Probleme Ganz im Gegenteil Die Idioten laufen uns netterweise Direkt ins Messer Ach Wie halten auch von ihnen Ich gebe euch das darum Je mehr Leute Wird du bleiben der beeindruckt Für euch ist das nur ein Spiel Ich erwarte Dass alles nach vorne läuft Tiefer Das mit dem Plan war also wahr Barrett und die anderen Werden sich schon zu wehren wissen Sektor 7 ist nicht mehr weit Los Hoffentlich Schaffen wir es Ja Leute Wir nähern uns dem Ende Der Midgar Episode Uns erwartet da Auf dem Turm Auf jeden Fall Noch ein riesiger Boss Soweit ich mich erinnere Zumindest per Fahrstuhl Äh Und dann Nähern wir uns echt dem Ende So cool Was seid ihr denn für welche Guckt mich schon an Wissen dass ich Stress will Okay Gehen wir runter Das heißt die Geister helfen uns Jetzt Die haben uns auch dieses Signal durchgegeben Verstärkung für Shinra Da hinten ist der Turm Da werden wir kämpfen Irgendwo Da Wir sind gar nicht mehr so weit weg Wir sind fast da Weg frei Nähern wir uns wirklich dem Ende Oder Sind wir dem Ende doch weit entfernt Von dem Friedhof Ja Das sind Fragen Die wir uns in den nächsten Folgen Stellen werden Haut rein Ciao